Ich hab einen Kill gemacht, hatte einen Punkt, jetzt hab ich wieder 0 Matches, 0 Punkte. A better joke. Hä? Lars, kann ich doch nicht hin? Ach, jetzt. Ich muss nun mal wieder lahmen, weil die Körperkombose überlastet sind. Okay, jetzt hab ich... Digga, wenn ich jetzt keine Bordlobe bekomme, dann weiß ich ja auch nicht. W-w-w-w-w... Ich hoffe, dass da wer gelangt ist. Okay, maybe they're lazy in the Bounty Room, don't they? Ja, vielleicht echt sie ganz... Oh Gott. Ich hab das Ding gemacht, dann. Ja, ich spiel den Kappen nicht mehr. Schade. Außen halten würde ich eh nicht mehr. Ich spiel die ganze Zeit eine Runde, hab drei Runden bis jetzt gespielt. Was wird angezeigt? Eine Runde. Schade. Ach! Schade, das Glück. Schade. 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 Ich kann jetzt fast ganz so ein Blick halten, Jan. Genau. Ich bin heute schon von mir. Ich bin heute schon von mir. Weniges Raid. Der andere versucht mich nahe Kampf, und der andere... die andere zwei wollen mich zu viert verliehen. ja ja genau so ist sieben und abbrechen und 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 der andere versucht mich nahe kampf zu pushen digga weil ich der beste spieler in dieser lobby bin das ist doch so unfair dieser karte ich hab zwölf kippt ich hab die behinderte kippt ich bin so gut ich habe auch einen gehöre um wieder reinzukommen ich habe auch geflopper oh mein gott ich hab den größten losgeheiz gegner bitte ja ich habe auch eine Ausbildung ich bin das Bauen in der Luft jetzt gut ich habe im Grunde im Zornachstum und so zu spieler Spaß wenn man rasiert Ja, ne? Unser Verpacker macht immer weniger Schuss, da wie die Kieber da alles Add 0 a ping Ich muss noch nicht zurück Ich hoffe es dahin, oh Gott, oh Gott Gibt's hier eigentlich so ein Rank System, Jungs? Ein Rank System In diesem Cup Ich muss halt auch halten Please, please Nein, der Mind-Lover-Steam-Ranking Oh, oh Es sind zwei Leute Hör zu laut! Ich fühl zu uns doch nicht, Gott, sie wird wichtiger Und meine Dissi ist, oh mein Gott Du musst dich verstehen Ich werde dich liegen lassen, so kacke, dass ich versuche Leute zu klippen, ne? Aber dann werde ich bitte bitte Ah, der wurde so Ops genommen Leute sind die Dicke Bitte, bitte Ich hab ihn in Combat gelasert Bist du dann mehr und hab ihn cool Dankeschön Thanks, Bro Thanks Ich hab den größten God Refresh bekommen Danke Imagine Rocket launch sich einfach selber Es zieht her mit mir Let's go Ehrenmann Let's go 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 Ich mach mir den Kill Komm Es kommt One Es kommt One Es kommt One Es kommt One Kommt doch nun Kommt doch nun Ich bin 10 gegen 1 für den Nimmstukeln also Es lebe nur noch 5 weiter Was macht ihr jetzt? 5 gegen 1? Ich bin auf der Beste Leise, ich falte Okay oh gott er wurde so gesagt schade eigentlich das waren die 75 weit und der 1 max und heike weißt du was der meistgeneigtes hat das auf dem band merkel wir Kinder das ist der meistgeneig er ist halt im Sand oh Gott toll Deki wenn das stimmt 10er ah schade Schade, 40 damage. Ich hab grad den ersten guten Gegner geschont. Ja, ja, okay, chill, 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 sicher. Ich glaub ich hab 40 Punkte. Digga, kann ich nicht einfach so Cups spielen? Muss ich jedes Mal rangen? Weil ich 15 Kills hab und immer noch keine Placements bekommen habe. Und von jedem abgefuckt werde, Digga. Das fuckt mich so ab, ne? Keine Ahnung. Ich hoffe es kommen ganz normale Solo Cache Cups. Das wär so nice. Schade. Jungs, ich weiß nicht wieso. Aber ich threat diesen Cup gar nicht rein, ne? Überhaupt nicht. Ich bin... Ich bin... Auf jeden Fall, er wurde von TTV-Skiller 23 oder so gekillt. Denkst du, der ist pisst? Weil das war safe, so ein richtig kranker Spieler. Und er wurde von TTV-Skiller 23 gekillt, Digga. Ich mach mir Angst. NoCrap, der macht mir ganz so Angst. Ich glaube, der spielt mir noch nicht. Der macht mir super Angst. Noch nie hab mir einen Tisch. Ich bin so viel Angst eingeladen, außer bei Mars. Oh Gott, wurde der geschittet. Oh Gott, wurde der geschittet. Oh Gott, hab ich ihn gesnipet. Oh Gott, hab ich ihn gesnipet. Sonst seid ihr die für die Bombe apart? Nein, wir haben gerade 20. Willst du da eine Arena? Den gibt es noch nicht. Ich sehe noch 27 Leute und ich hab 20 Kills, ey, 40er Bombs, 40er Bombs, nice thing, nice thing, nice thing Hast du eine 20 Kills, bubbls? Hey, ich hab' 85 Punkte, laber mich nicht voll. Nein, hast du nicht. Ich hab' 85 Punkte, laber mich nicht voll. Das war's, du wirst, du wirst, du wirst, du wirst. Du wirst, du wirst, du wirst, du wirst. Ja guckst, die mich als Leute. Du wirst, du wirst, du wirst, du wirst ich hab meister joda gekillt was das schon wieder sein soll ich mache ich so ein high das sieht jetzt aus aus die 115 da rein da jalla push ja wohl da habe ich mal wieder mit einem hit my kill abgestaubt so muss ich glaube ich war zuerst das ist genau im freistool drin Wie lange geht der Cup noch? Es ist so nötig Jaja, ich bin grad nicht breitig aus Geil Nach der Session hat du da im Turnier? Wecky, wir müssen gleich nach dem Cup gehen NEIN Ich konnte nichts bauen, schade 13 Kills Normal rank Und weil du im Turnier hast du dich nicht angegriffen hast Doch, sonst dessen nicht Sollst du mir Ich peil schon wie ein Mann Oh mein Gott Wie gut Point lost Ich bin in der letzten Runde Ich bin in der letzten Runde Ich bin in der letzten Runde Größe Geburtstag Kim Schauspiel overall Er brieft mich nur mit dem Boot, niemanden anders. Schade eigentlich. Echt schade.